Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende. Entfernen. Trennen Sie das Netzkabel und das SATA-Kabel der Festplatte von der Unterseite des Schutzgehäuses für die Festplatte. Trennen Sie das Netzkabel der Festplatte und das SATA-Kabel von der Festplatte. Schieben Sie die beiden Kunststoffflaschen an der Oberseite des Festplattenhalters zusammen, um den Halter zu biegen. Halten Sie den Festplattenhalter gebogen und ziehen Sie den Halter und die Festplatte aus dem Schutzgehäuse für die Festplatte. Der sekundäre Festplattenhalter neben der Festplatte wird auf die gleiche Weise entfernt. Greifen Sie den Halter an beiden Seiten und biegen Sie ihn, um die Festplatte aus dem Halter zu entfernen. Entfernen Sie die Festplatte und bewahren Sie den Halter auf. Ersetzen. Richten Sie die Durchführungsstifte auf einer Seite des Festplattenhalters an den Löchern auf einer Seite der Festplatte aus. Führen Sie die Durchführungsstifte in eine Seite der Festplatte ein. Biegen Sie den Halter, um die Durchführungsstifte in die andere Seite der Festplatte einzuführen. Schieben Sie die Festplatte und deren Halter in das Schutzgehäuse für die Festplatte. Verbinden Sie das SATA-Kabel und das Netzkabel mit der Festplatte. Sichern Sie das SATA- und das Netzkabel mit dem Clip am Boden des Schutzgehäuses für die Festplatte.